Wir sind live. Ja, hallo. Warten wir ein paar Sekunden, bis ich die Ersten dazu schalte. Ich stehe vom Christbaum. Ah, da unser Christbaum. Wunderbar. Ja, jetzt geht es los. Jetzt kommen wir sie alle nacheinander. Der Christbaum, stimmt, der ist heute hier. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir starten los. Ja, ich sage einfach einmal, hallo und herzlich willkommen bei Giseko bei mir, Bären des Südens im Gespräch, der Live-Talk von und mit erfolgreichen Ringaner Partnern und Partnerinnen. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast heute hier, die Alexa Hauer-Mattersdorfer. Und wir sind ja wieder im Bären-Office. Und das zeigt sich ja heute von einem absoluten Winter-Wonderland, ja, von einer Landschaft. In Christbaum haben wir auch hinten für euch schon. Die Deko fehlt noch, ja, aber dieser Windeinbruch war zu kurzfristig für die Deko. Ja, bevor wir aber zu dir kommen, Alexa, möchte ich natürlich uns und mich gerne noch ein bisschen vorstellen. Ja, wer sind wir und was tun wir? Also mein Name ist Tanja Dobotzki. Ich arbeite seit einigen Jahren oder vielen Jahren eigentlich schon mit Ringaner und bin da frische Partnerin. Ringaner ist ein Unternehmen aus der Steiermark. Das ist ein ethisches und nachhaltiges Network-Marketing-Unternehmen. Und die machen einfach frische und vegane Hautpflege- und Vitalstoffe. Und aufgrund dessen, dass sie die so frisch sind, können sie nicht im klassischen Handel zum Endkunden gelangen, sondern werden über das Empfehlungsmarketing zum Endkunden beziehungsweise zum Partner in ganz Europa einfach versandt und direkt geliefert. Dieses Empfehlungsmarketing, im Zuge dieses Empfehlungsmarketing ist es mir gelungen, in den letzten Jahren ein sehr großes internationales Team aufzubauen. Und innerhalb dieses großen Teams haben sie natürlich ein paar Führungskräfte etabliert und herauskristallisiert. Und das ist sozusagen der innere Führungskreis von mir. Ja, und wir nennen uns die Bären des Südens. Ja, deshalb Bären des Südens. Ja, wir kommen ja auch vom Süden Österreich. Das heißt einfach, wir haben auch diesen Spirit auch des Südens. Und ja, das, glaube ich, merkt man uns auch immer wieder an. Ja, wer sind wir Bären des Südens? Also wir sind eine Gemeinschaft, also das sind meine Führungskräfte innerhalb des Ringaner-Kontexts. Wir sind Menschen, die etwas bewegen wollen. Wir sind Menschen, die etwas bewirken wollen. Wir schauen über den Tellerrand darüber hinaus. Wir haben auch ein Motto, das nennt sich im Miteinander mehr erschaffen. Wir haben auch ein Symbol, ja, die Bärle, ja, also heute hier als Kette. Und du, glaube ich, Alexa, hast sich total wunderschön seinem Ring verarbeiten lassen. Ja, also sehr vielseitig, wie wir das einfach dann auch anwenden. Und natürlich haben wir auch den Chiseko als unser Symbol. Ja, dafür muss immer Zeit sein, ja. Und weil wir natürlich bei unseren Treppen immer, ja, auch und Meetings, aber immer sehr gern auch ein Chiseko trinken. Manchmal mit Soda oder Mineral, manchmal ohne. Je nachdem, was für Uhrzeit einfach gerade so ist. Aber G ist immer drinnen. Ja, was noch? Also wir Bären, wir haben einfach auch Werte, die uns allen sehr wichtig sind. Werte wie Offenheit, Vertrauen, wertschätzendes Miteinander. Halt einfach die ganze Kombination Erfolg und Spaß, ja. Kompetenz und Spirit. Und das zeichnet uns einfach wirklich aus. Und ja, mit diesem Talk, mit diesem Live-Talk möchte ich einfach die Gelegenheit nutzen und meine Bären des Südens, so wie heute die Alexa, vor den Vorhang holen. Ich möchte ein paar Fragen stellen, die möchte ich euch vorstellen.